Jo, meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu KeckTV Uncard. Wir reagieren heute auf Montana Black. Er ist wieder am Start, meine Freunde. Endlich, ich hab die Reactions vermisst. Er hat natürlich sofort auf das Freiraum-Reh-Video reagiert. Ja, und das gucken wir uns natürlich heute an, ne? Alles andere wäre auch idiotisch. Gehen wir mal rein. Freiraum-Reh ist offiziell rassistisch. Kuchen Talks Folge 888. Vergesst bitte nicht, das Video zu liken, das würde mir helfen. Jo, Freunde, der dumme Aussagen. Ich muss leider mal wieder ein Video über Freiraum-Reh machen. Und zwar hat Unbubble eine neue 13-Frage-Folge hochgeladen, wo es um Wokeness in unserer Gesellschaft gegangen ist. Und wie ihr am Titel erkennen könnt, heute geht es nicht um Dortmund. Sorry, der musste sein. Freiraum-Reh hat hier wirklich, und das meine ich komplett ernst, rassistische Aussagen gedroppt, mal wieder unfassbare Doppelmoral gezeigt und sie ist halt einfach Freiraum-Reh. Bevor das Video weitergeht, aber kurz... Skip den Shit. Skip... Ah, gut. ... beim Video. Mit dem Rassismus fangen wir auch direkt an. Und zwar sagt sie das... Schöner Pullover. Digga, wie kann man Pullover denn so falsch schreiben? Pullover. Nämlich, dass Vogue eigentlich ein Begriff ist, der auch aus der Black Community kommt. Ähnlich wie Rest in Power. Ja, wir haben immer wieder Ausdrücke, die geprägt sind von der Black Community. Bei denen es schon schwierig ist, darüber zu urteilen als Weißer. Also eigentlich haben gerade wir als weiße Menschen... Oh Gott, Digga. Gott, ist das schon wieder abgrundtief. Unangenehm. ... nicht das Recht über diesen Begriff oder die Community dahinter zu beurteilen. Und wir hatten tatsächlich im We are for Queer Discord eine weiterführende Diskussion... Laura, danke für den Tabonsab. ... und selbst als Vogue bezeichnen dürfen, wenn... Oh Gott. Wie traurig muss das Leben sein, Digga. Das tut wirklich weh, ja? ... wenn das ein Begriff ist, der aus der Black Community kommt. Mehr kann ich... Also ich persönlich finde zum Beispiel es auch sehr rassistisch, ihre Frisur und ihr Schmuck erinnert mich sehr stark an Indianer. Sollte sie auch auf jeden Fall unterlassen in Zukunft. Das finde ich schon... Also das finde ich sehr rassistisch, die Frisur. Muss ich wirklich an der Stelle sagen, das ist keine deutsche Frisur. Das ist eine Frechheit. Oder? Solider Punkt. Da werde ich mal in meinem Queery-Community-Discord mal drüber eine aktive Diskussion führen heute Abend vorm Schlafen gehen. Weil ja sonst mein Leben so traurig ist und nichts zu tun habe. Ich da als weiße Person eigentlich nichts zu sagen. Außer ich darf mich... Ich habe nicht das Recht, mich als weiße Person als Vogue zu bezeichnen, ja? Da kracht es ja sowas von gewaltig. Also ich bin kurz davor, sprachlos zu sein. Aber ich versuch's trotzdem. Ganz kurz, nur mal um das festzuhalten. Wenn eine schwarze Person sagt, dass sie Vogue ist, dann ist das absolut in Ordnung. Wenn eine weiße Person das macht... Der sieht auch einfach aus wie zwölf, oder? Geht das natürlich gar nicht. Jetzt sehe ich nicht viel älter aus, aber ich finde, da sehe ich so ultra jung aus. Als wenn da so ein Kinderfilter drüber wäre. Und, naja, wie nennt man das, wenn man Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe anders behandelt? Richtig, Rassismus. Noch lustiger ist allerdings die Vorstellung, dass in diesem We4Queer-Discord zehn weiße Leute darüber diskutiert haben, ob man diesen Begriff nutzen darf, weil der ja von Schwarzen kommt. Wokeness bedeutet ja aber quasi nur wachsam sein gegen so Dinge wie Rassismus und Diskriminierung. Als ob irgendein Schwarzer sagen würde, ähm, sorry, wir haben den Begriff vor 100 Jahren erfunden. Ist ja toll, dass du gegen Rassismus bist, aber bitte nutz diesen Begriff nicht. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es, dass Schwarzen sowas komplett egal ist, weil die ganz andere Probleme haben. Ja, es ist halt tatsächlich so, ähm, wenn ihr mal wirklich so überlegt, so, wer regt sich zum Beispiel über Dreadlocks auf? Wer regt sich darüber auf, dass Leute, dass weiße Leute sich Woken nennen? So, das sind halt fast immer irgendwelche weißen Leute, irgendwelche Gutmenschen, äh, die sich selber einfach als bessere Person hinstellen wollen. Ich kenne halt Realtalk keinen einzigen Schwarzen auf YouTube oder so, der mal ein Video gemacht hat und gesagt hat, so, hey, hört bitte auf, euch Woke zu nennen, äh, wir Schwarzen haben den Begriff erfunden. So, weißt du, das ist halt so dieses so, ja, wir, wir wollen uns hier gegen Rassismus stellen, machen aber quasi exakt das Gegenteil, weil sie stellen sich ja automatisch über diese schwarzen Leute und, äh, wollen anderen Leuten erklären, dass man sich ja nicht Woken nennen darf, obwohl es den Schwarzen halt scheißegal ist. Also, ganz ehrlich, so, ähm, Woken, das heißt einfach nur wachsam sein, halt gegen Rassismus und so weiter. Ich glaube, Schwarze würden sich extrem darüber freuen, auch, wahrscheinlich sogar wäre das noch ein positiver Punkt, wenn der Begriff aus der schwarzen Community kommt, dass der angenommen wird und dass man gemeinsam dagegen vorgeht. Also, ich check's halt wirklich nicht. Nur diese super guten Menschen wie Freiraum, die immer weiß sind, machen sich über sowas Gedanken, weil sie ja super woke und gut menschenmäßig unterwegs sein wollen, einfach nur, um sich selber als den besten Menschen der Welt darstellen zu können. Ja, das Problem ist ja auch einfach, dass eine Person wie Freiraumrehe oder Leute, die aus dieser Bubble kommen, so ultra im Glashaus sitzen. Also, egal, was dort gesagt wird oder all das, was du sagst, du musst es zehnmal überdenken, weil du an so vielen Ecken und Kanten, äh, anecken kannst. Das ist, äh, es wäre mir viel zu bieder. Kann natürlich jeder so leben, wie er möchte, aber das ist... Ach, Digga, mir wird's keinen Spaß machen. Ganz wichtig, nur schwarze Menschen können woke sein, wenn man das Ursprüngliche betrachtet. Genau. Worte entwickeln sich weiter, ja, sicherlich. Diese Argumentation wird kommen, aber der Ursprungsgedanke war ein Gedanke und eine Prägung aus der Black Community. Von daher habe ich nicht... Wie kann das sein, dass die mit Elgato gepaardert ist, Digga? Darüber zu entscheiden, ob sich dieser Begriff weiterentwickelt, sodass wir Weiße ihn annehmen dürfen. Ja, die kennen wir jetzt anders hinzustellen, ich wüsste jetzt nicht, wo, um ehrlich zu sein. Irgendwann ist auch mal Schluss. Warum muss sich der Begriff denn überhaupt weiterentwickelt haben? Nur weil eine Gruppe von schwarzen Menschen das erfunden haben, heißt es doch nicht, dass nur Schwarze das nutzen dürfen. Vor allem ist der Begriff ja vom Grunde her eigentlich sehr positiv. Als ob irgendjemand der Schwarze dann was dagegen hat, dass du dich wachsam gegen Rassismus nennst. Geil ist aber auch das hier. Ich erwarte von der Seite... Das ist so, es ist so super dumm. Es ist so super dumm. Ich finde es genauso dämlich vom Diskussionsansatz, finde ich genauso dumm, wenn auf einmal weiße Menschen oder auch dunkelhäutige Menschen sich darüber aufregen, dass man keine beispielsweise Rasterzöpfe und ähnliches mehr tragen darf als weiße Personen, weil diese Frisur ja diskriminierend ist. Also da wird über Sachen diskutiert, wo man sich wirklich fragt, ob die Leute zu viel Langeweile haben. Am Ende des Tages ist es doch ein Kompliment für eine Bevölkerung oder für eine Nationalität, wenn Menschen, die nicht diese Nationalität tragen, trotzdem Dinge aus der Nationalität übernehmen oder cool finden und nachmachen. Und solange man diese Frisur nicht nutzt, um rassistisch oder diskriminierende Aussagen im Kontext mit der Frisur zu tätigen, dann ist es doch vollkommen okay. Und dieses Woke-Ding ist doch genau das Gleiche. Es wird doch nicht im negativen Kontext benutzt, sondern im positiven. Also warum zum F**k sollte ein weißer Mensch sich dafür schämen oder ähnliches, wenn er Wörter benutzt, egal welches, die von der schwarzen Bevölkerung kommen? Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist so nonsenslos. Es ist wirklich traurig. Ja, ich sehe das halt genauso. Also ich habe ja auch schon Videos zur kulturellen Aneignung gemacht, dass ich das halt überhaupt nicht fühle und auch gar nicht nachvollziehen kann. Ich persönlich finde es halt gut, wenn Kulturen sich miteinander vermischen, sage ich jetzt einfach mal, wenn jetzt jemand, der deutsches Dreadlocks zum Beispiel trägt oder wenn jemand, der afrikanisch ist, gerne Kartoffeln isst. Nein, keine Ahnung, was macht uns Deutsche aus? Ich weiß es nicht. Ja, wenn mein afrikanischer Nachbar mir um 22 Uhr eins sagt, wenn ich hier noch einmal irgendwie huste, dann ruft er mir direkt die Polizei. Ja, das ist halt gut, wenn sich das so miteinander vermischt. Und das ist ja eigentlich auch der richtige Weg. Also ich finde es halt viel, viel rassistischer, wenn man sagt, okay, das kommt nicht aus unserer Kultur, ich darf das nicht benutzen, auf gar keinen Fall. So, dann trennst du die ja automatisch. Du trennst ja die Kulturen komplett, obwohl du das ja eben, also eigentlich ja gar nicht möchtest. Dass er faktenbasiert ist, sondern von der anderen Seite sehr, sehr viel Bauchy-Bauchy. Und ich glaube, das fasst das komplette Video zusammen. Weil dann ist es ja auch so, also ich hole jetzt mal weit aus und vielleicht ist es auch eine dumme Aussage, da könnt ihr mich gerne darauf hinweisen, sowohl im Twitch-Chat als auch bei YouTube, dann darf ich ja theoretisch gesehen auch als weißer Mensch oder beziehungsweise doch als weißer deutscher Mensch, dann dürfte ich mir ja zu Hause auch keine Pizza mehr machen oder keine Pasta, weil das kommt ja aus Italien. Das ist ja von den Italienern. Dann mache ich denen das ja auch nach. Natürlich haben Italiener eine andere Geschichte als schwarze Menschen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Wo soll das dann anfangen und wo hört das dann auf? Das ist vollkommen nonsensfrei. Und so eine Person wie Freiraum Reh sitzt da mit ihren Zöpfchen und ihren kunterbunten Ich-bin-4-Ketten um Hals und mit ihren A, B, T, C, A und D-Flacken an ihrem scheiß Stuhl geklebt. Ich frage mich immer, ob Monte das extra macht, dass er immer jeden Namen und alle Kürzel und so weiter falsch ausspricht oder ob er das wirklich einfach nicht hinkriegt. Und denkt wirklich, die erreicht da in irgendeiner Art und Weise irgendwas. Und das Schlimme ist, das findet auch noch Anklang. Und da merke ich einfach, dass wir verloren sind. Ihr Chat ist verloren. Also es ist wirklich verloren. Es ist einfach verloren, Digga. Ich glaube, mehr wird da nicht kommen. Also ich glaube, es wird eine Bauchi-Bauchi-Seite und eine Ich-versuche-zu-Erklären-Seite. Ja, okay, diese Bauchi-Bauchi-Seite ist natürlich ziemlich doof, weil aus einem Bauchgefühl rauszuargumentieren, ist natürlich nicht so klug. Was macht sie original eine Minute später? Ich möchte diesen Menschen nichts unterstellen. Ich habe manchmal das Bauchi-Bauchi-Gefühl, dass die Menschen, die sowas sagen, also Menschen, die nur aufgrund ihrer Hautfarbe genommen werden, dass sie glauben, dass schwarze Menschen zum Beispiel einfach dummer sind. Also sehr offengelebter Rassismus für mich. Diese Menschen alle glauben, dass der Job nur vergeben wird, um die Quote zu erfüllen. Dass es sich hier aber um identische Qualifikationen handelt und dass dann zum Beispiel ein Mensch mit einer schwarzen Hautfarbe oder der schwarz gelesen ist oder der… Der was ist gelesen ist? Mit einer schwarzen Hautfarbe oder der schwarz gelesen ist oder der… Schwarz gelesen? Was ist das? Schwarz genesen, schwarz gewesen? Nein, das hat sie nicht gesagt. Eine Behinderung hat zum Beispiel genommen wird, dass das dann nur geschieht, um die Quote zu erfüllen und dass sie diesen Menschen einfach absprechen, die identische Leistung zu bieten. Da ist das Bauchgefühl von Freiraum Reh, wo sie den Handeln einfach komplett Rassismus unterstellt, natürlich wieder komplett in Ordnung und sehr, sehr wichtig. Die Frage ist natürlich, worauf hat sie sich denn überhaupt bezogen, wenn sie einfach zu dem Schluss kommt, dass ja eine schwarze und eine weiße Person hier die gleichen Qualifikationen hatte. Naja, ich kann euch den Clip einfach mal zeigen. Dann hatte ich ein Moderatoren-Casting, was gar nicht lange her ist. Oh Gott, oh Gott, ich weiß ganz genau, dass da jetzt nur gequälte Scheiße zu hören ist. Und da wurde mir im Nachhinein gesagt, haben wir gut gemacht, stabile Leistung und Tele-Gel, alles in Ordnung, aber du bist leider nicht divers genug. Wo ich dachte so, hey, bin ich... Ja, wir armen weißen Menschen räumen langsam bewusst Plätze für mehr Diversity. Und ja, das ist furchtbar, dass wir privilegierten weißen Menschen, die jetzt 30 Jahre lang alle Jobs in allen Branchen bekommen haben... Oh Gott, ist das traurig. Es ist doch zum Kotzen. Ich raste aus. Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Meine Mutter, wenn ich ihr das Zeugnis gezeigt habe... ...haben langsam mal den Platz räumen müssen für Menschen, denen dieses Privileg in den letzten 40, 50, 100, 200 Jahren eben nicht zuteil wurde, dass wir da jetzt auch mal zurückstecken müssen. Das sind wir nicht gewohnt. Und das tut weh. Also erst mal hat diese... Wir bleiben einfach ruhig und relaxed. Wir lassen Kuchen das klären. Sonst knallt es hier gleich ganz gewaltig. ...personen ja selber gesagt, dass die Qualifikationen wahrscheinlich genau die gleichen gewesen sind. Das heißt, dieses bauchi-bauchi-Gefühl macht schon mal gar keinen Sinn, denn sie hat es vorher ja auch schon genau so erklärt gehabt. Aber auch gut ist, wie Freiraum Reh einfach Diskriminierung mit neuer Diskriminierung bekämpfen will. Jemanden einen Job zu geben, weil er bestimmte Merkmale hat, wie zum Beispiel Hautfarbe oder Sexualität oder Geschlecht, ist halt einfach diskriminierend. Nur weil es für Freiraum Reh hier ausnahmsweise mal die richtigen trifft, macht es das Ganze ja nicht besser. Die Frage ist auch, was kann zum Beispiel diese Frau jetzt dafür, dass unsere Gesellschaft vorher viel rassistischer gewesen ist? Warum muss sie denn jetzt Nachteile dadurch haben, obwohl sie ja gar nichts dafür kann? Also da sagt mir ehrlicherweise mein bauchi-bauchi-Gefühl, dass da nur kacki-kacki aus ihrem Mund kam. Das wäre für mich ein ganz konkreter Punkt aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus. Despy, dankeschön. Wo ich finde, da muss man drüber sprechen. Da können wir drüber sprechen. Also wir können gerne über... Ja, wie gesagt, also... Ich weiß auch nicht, was ich großartig noch dazu sagen soll. Also ich finde, also Freiraum Reh ist halt so fucking doppelmoralisch unterwegs. Die ist so unfassbar ideologisch kaputt, einfach in ihrem Kopf, wenn man das so sagen darf. Wenn man das mal so salopp formulieren darf. Ich finde es halt auch echt krass eigentlich, wenn du sie überlegst, dass die ja wirklich... Also das ist ja... Die bringt ja einfach wirklich rassistische Aussagen in ihren Streams. Nur halt zum Glück gegen Weiße, nicht gegen Schwarze. Und die hat ja wirklich auch voll viele Partner. Es ist ja auch, wie Monte gesagt hat, irgendwie, dass Elgato mit der zusammenarbeitet. Ich glaube mit... Weiß nicht, mit AirUp und so hatte, die letztens ein Placement und so weiter. Also die hat wirklich... Die kriegt ja richtig Geld, so weil Firmen einfach mit der zusammenarbeiten. Wo ich mir wirklich auch die Frage stelle, so beschäftigen sich Firmen eigentlich gar nicht damit, was sie da vom Stapel lässt. Also die bringt ja so viele menschenverachtende Aussagen in ihren Streams. Ich habe ja auch schon vier Videos oder sowas über die machen können. Und es ist krass, weil wenn Monte genau die gleichen Aussagen gebracht hätte, Bruder, dann der wäre, glaube ich, totgecancelt worden. Über strukturelle Probleme unserer Gesellschaft der letzten 300 Jahre sprechen. Oh Gott. Hol doch noch weiter aus, Freiraum-Re. Lass doch einfach über die gesamte Menschheit diskutieren, okay? Nicht nur die letzten 300 Jahre. Machen wir vor, Christi, noch. Und dann... Sarkata, dankeschön für die Framse. ...dass wir weißen Cis-Menschen vielleicht in einzig... Oh Gott. Das ist unfassbar schrecklich. ...fällen tatsächlich mal auf den Job verzichten müssen. Okay, also das heißt, Diskriminierung gegen weiße, überprivilegierte Menschen ist in Ordnung und Diskriminierung gegenüber schwarzen Menschen ist nicht in Ordnung. Also wird mit zweierlei Maß gemessen. Anstatt, dass du einfach mal deine Butterbeeren ein bisschen anstrengst und einfach mal für eine Sache prädigst. Nämlich, das ist ganz simpel, das ist ja gar nicht so etipetete und wir müssen abends im Discord darüber diskutieren, sondern einfach, dass Rassismus an für sich scheiße ist. Egal wem gegenüber. Egal ob. Weiß, schwarz und, 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 und. Diskriminierung gegen jede Art von Mensch ist nicht richtig. Was ist daran so schwer zu verstehen? Was ist daran so schwer, diese Botschaft nach draußen zu verbreiten? Du hast einen ver***ten Job und machst sie nicht richtig. Oder hast sie noch nie richtig gemacht. Und ja, es gibt auch Diskriminierung gegenüber weißen. Das wird so jemand wie sie natürlich niemals zugeben. Diskriminierung und... Ja, also ich meine, sie droppt sie auch selber, ne? Wenn sie das zugeben würde, dann müsste sie sich ja selber tatsächlich mal vernünftige Gedanken machen und selbstkritisch denken. Aber dass selbstkritisch denken für eine Freiraum-Rehe jetzt eher nicht in Frage kommt, das hat sie jetzt ja eigentlich schon seit Monaten gezeigt. Rassismus gibt es hier gegen jede Art von Nationalität. Natürlich bei einigen Nationalitäten mehr. Das steht außer Frage. Aber warum kann man sich nicht gegenseitig die Hand reichen und sich allgemein gegen Rassismus aussprechen und gegen Diskriminierung? Und das, was da gerade zu sehen war von dieser Frau, ist, dass sie als weiße Frau auch diskriminiert wird. Und das kann nicht sein, dass das in Ordnung ist und ja, und hier die weißen Cis-Menschen und bla, und da muss doch mal einer zurückstecken. Nein, das ist Quatsch mit Soße, was du da laberst. Du laberst da gequälte Scheiße. Mein Bauchy, Bauchy, sagt Kacki, Kacki. Auch wenn unsere Leistung solide war, wenn überraschenderweise die schwarze Frau neben mir auch eine solide Leistung gebracht hat, dann wird das vielleicht in Zukunft mal so sein, dass die schwarze Frau genommen wird und nicht groenheitsmäßig die weiße Frau, die daneben steht. Das hat da überhaupt nichts damit zu tun, was da gerade zu hören ist. Mir wäre das peinlich, sowas zu sagen. Mir wäre es so unglaublich peinlich, wirklich. Ja, das denke ich mir aber schon seit 8 Minuten 58, bei dem Nonsens, der aus deinem Mund kommt, dass das unheimlich peinlich ist. Vielleicht solltest du dir einfach mal selber beim Reden zuhören. Das wäre echt cool. Also wäre mir wirklich unglaublich peinlich, sowas zu sagen. Ja, mann, richtig peinlich, sich über Rassismus zu beschweren. Also das würde ich halt auch nicht tun. Freiraum Reh kann hier natürlich auch sehr einfach aus ihrer privilegierten Sicht argumentieren. Ich meine, sie hat nicht die Befürchtung, dass hier irgendwer den Job wegnimmt. Denn sie ist selbstständig mit einem eigenen Twitch-Channel, wo man ja nicht plötzlich dann eine schwarze Person hinsetzt, weil ihr gehört ja dieser Channel einfach. Für andere Personen wie dieser Moderatorin, denen der Job aber sehr wichtig ist, um am Ende des Monats die Miete zahlen zu können, da kann man sich dann natürlich drüber lustig machen, weil in dieser Situation ist man ja als Influencerin nicht. Ich meine, klar, das kann halt auch ein bisschen existenzbedrohend sein, aber ganz ehrlich, es trifft ja die Richtigen, also selber schuld, wenn sie weiß ist. Obwohl sie ist ja eigentlich auch eine Frau, aber das ist hier dann nicht mehr ganz so wichtig. Die Frage, die ich mir auch stelle, was hat das Ganze mit den letzten 300 Jahren zu tun? Ich meine, wie alt ist diese Frau? 30 vielleicht oder so? Also 90% der Zeit war sie gar nicht auf diesem Planeten. Und ich glaube, als Kind kann man in der Gesellschaft auch nicht ganz so viel bewegen. Gut, als Erwachsener auch nicht, aber das macht gar keinen Sinn. Richtig, das ist das, was sie eben meinte. Selbsttut, wenn deine Vorfahren rassistisch gewesen sind, das hast du jetzt davon. Ich sehe mich aber als Bundeskassabgeordneter nicht in der Rolle, dass ich für eine Gruppierung... Also wie gesagt, ich finde, es macht halt einfach null Sinn, zu sagen, ja, aber unsere Vorfahren waren scheiße, deswegen müssen wir ja zurückstecken. So, natürlich sollten wir alles dagegen tun, dass Leute diskriminiert werden, aus welchen Gründen auch immer. Absolut, eine Diskriminierung sollte keinen Platz in unserer Welt haben. Aber alte Diskriminierung einfach mit neuer Diskriminierung zu bekämpfen, macht halt einfach keinen Sinn. Und ich will nicht in einer Welt leben, in der man sagt, ja, wir nehmen jetzt die schwarze Person, weil tut mir leid, du bist nicht divers genug, sondern dass einfach beide Seiten, also sowohl schwarze als auch weiße, einfach die genau gleichen Möglichkeiten haben. Und ja, bei gleicher Qualifikation die schwarze Person zu nehmen, ist auch absolut legitim. So, da spricht überhaupt gar nichts dagegen. Aber der ausschlaggebende Grund sollte halt nicht die Hautfarbe sein, sondern vielleicht, dass sie halt für den Job einfach dann besser gemacht ist beispielsweise. Und jetzt halt zu sagen, so, ja, nö, du hast Pech, unsere Vorfahren waren ganz dolle doof und deswegen kriegst du jetzt keinen Job mehr, also das kann doch nicht die Lösung sein. Also die kann das doch wirklich nicht ernst meinen. Ja, und wie gesagt, also Freiraum Reh muss sich ja wirklich gar keine Sorgen machen, dass sie da mal von betroffen ist, wenn sie selbstständig ist mit einem Twitch-Kanal, gegenüber einer Moderatorin, die halt vielleicht jeden Job braucht, die ja auch ihre Miete und so weiter zahlen muss, die ihre laufenden Kosten hat und die dann jetzt vielleicht in Zukunft immer öfter einfach irgendwelche Angebote nicht mehr wahrnehmen kann, weil gesagt wird, ja, tut mir leid, du bist nicht divers genug. Wo kommen wir denn da hin? Drei Hodriga, danke schön für den Tierwonsert. ... im Parlament mache, sondern dass ich mich in ganz viele unterschiedliche Personen hineinversetze. Ja, das liegt auch daran, dass du halt nie für irgendwas kämpfen musstest, was Gruppierungen betrifft. Also natürlich brauchen wir Menschen im Parlament oder zum Beispiel auch einen Queerbeauftragten, der eben für diese Gruppen spricht, weil diese Gruppen keine Stimme haben. Also ich störe mich schon an der Formulierung von ich stehe nicht für eine Menschengruppe. Das tust du, so wie du da stehst. Du stehst für den weißen Mann, der du bist und das wirst du auch vertreten, auch im Parlament. Das heißt, wir brauchen diese Menschenvertretungen, damit die Menschen, die zum Beispiel diskriminierte Gruppen vertreten, das auch authentisch tun können und wissen, wovon sie reden. Und sich selbst anmaßen zu sagen, ich stehe für keine Menschengruppe, ist, tut mir leid, aber ist Bullshit. Was labert die für ein Quatsch, Digga? Es ist wirklich unerträglich. Furchtbar. Es ist einfach nicht menschlich nicht möglich. Genau. Das ist biologisch nämlich einfach nicht möglich. Ein Mann wird immer wieder andere Männer repräsentieren. Absolut. Nein, Freiraum Reh, das ist kein biologischer Fakt, sondern ideologischer Unsinn von dir. Auch als weißer, heterosexueller Cis-Mann, der dazu vielleicht noch reich ist, kannst du dich tatsächlich auch für die Probleme von anderen Gruppen einsetzen. Auch wenn das jetzt dein ganzes Weltbild zerstören wird. Lustig ist auch. Ich meine, Digga, du musst mal wirklich überlegen, ich würde gerne ihr Weltbild einfach verstehen. Weil sie sagt ja wirklich, dass man als Mann sich nur für die Probleme von anderen Männern einsetzt. Also das ist ja vollkommener Quatsch. Also wie viele Gesetze würde es nicht geben, wenn das tatsächlich in der Politik so wäre, wo ja vermehrt Männer sitzen? Und das ist halt die Meinung, die sie vertritt. Das ist halt, also, Digga, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Auch, dass das Freiraum-Reet zwar wichtig ist, gegen Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe oder Sexualität oder des Geschlechts vorzugehen, dass Menschen aber auch aufgrund von anderen Merkmalen ganz schön diskriminiert werden können, das ist ihr irgendwie nicht ganz so wichtig. So Dinge wie die Armut beispielsweise sorgen für eine extreme Diskriminierung. Viele arme Menschen kommen quasi gar nicht in die Gesellschaft rein, weil sie auch zum Beispiel durch die Mietpreise immer weiter weg von den Städten gedrückt werden. Brauchen wir dann nicht irgendwie einen Geringverdiener beauftragen, oder ist das Problem nicht ganz so schlimm? Diskriminierung, Egal, woher das kommt, sollte bekämpft werden. Also wäre ich auf jeden Fall... Das ist ja das, was ich eben gerade gesagt habe. Da sprechen Koden und ich eine Sprache. Ich finde, durch solche Personen wie Freiraum-Reet oder viele andere, die in dieser Bewegung unterwegs sind, spaltet sich das Volk viel mehr, anstatt seine Kräfte gemeinsam zu bündeln. Denn am Ende des Tages sollte es ja so sein, dass wir alle gemeinsam gegen Rassismus, gegen Diskriminierung sind und für Gleichberechtigung und, 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 und. Aber ich habe das Gefühl, dass die in ihrer so verstrahlten Welt leben und gar nicht sehen, dass mit dem, was sie machen, eher das Gegenteil bewirken. Sie machen es eher nur noch schlimmer. Jedenfalls für eine Armenquote im Bundestag. Ja, das... Ich sage es euch ganz ehrlich, das Problem ist halt, es ist genauso, wie Monte sagt, so, es geht heutzutage den Leuten einfach nicht mehr darum, wirklich Diskriminierung oder Rassismus zu bekämpfen, sondern ich habe einfach das Gefühl, jeder will die wokeste Meinung haben, jeder möchte der beste Gutmensch von allen sein, eine Freiraum-Reheit genauso. Es geht nur noch darum, sich selber als den perfekten Menschen darzustellen, der so aufgeklärt ist, ist, dass man im Weirford-Queer-Discord mit zehn Weißen erstmal darüber diskutiert, ob man das Wort Wokeness benutzen darf. Und diese ganzen wirklichen Probleme, gegen die man vorgehen kann, oder über die man ja wirklich diskutieren könnte, die ignoriert man einfach komplett. Und wie Monte schon sagt, also das splittet die Gesellschaft halt einfach komplett, weil während die Leute halt immer radikaler werden, hat jeder normale Mensch einfach dann immer weniger Bock, sich mit den eigentlich ja wichtigen Themen wie Diskriminierung, Rassismus, Sexismus und so weiter auseinanderzusetzen, weil alles, was du hörst, das sind halt diese ultra-radikalen Leute, die dann damit ankommen und so Aussagen bringen, wie halt Freiraum-Reh, beispielsweise jetzt in dieser Reaction. Das ist halt alles, was du davon noch mitbekommst. Und dann haben Leute keinen Bock mehr, sich damit auseinanderzusetzen. So, anstatt immer zu versuchen, sich selber als den besten Menschen darzustellen, ja, und keine Ahnung, durch sein anscheinend geringes Selbstwertgefühl irgendwie sich wenigstens nach außen hin als den perfekten Menschen darstellen zu wollen, einfach mal nicht zu tun, als wäre man perfekt und, äh, mal wieder normale Takes bringen, damit die Leute auch Bock haben, sich mit den ganzen Themen zu beschäftigen. Ich meine, das ist ja jetzt auch mit diesem Young Fate-Salat so. Ich meine, ich mache ja ein Video drüber. Weißt du, er zeigt Shoyoka bei Twitch, dass halt, sie minimal gehen die Zuschauer im Durchschnitt runter und sie macht Minus-Follower und er sagt, das ist Canceln. Und sagt dazu, ja, ein Luke wurde nicht gecancelt. So, wo ich mir so denke, Bruder Luke ist einfach in der Geschlossenen gelandet, weil er sich fast das Leben nehmen wollte, weil er so krass gehatet worden ist. Äh, aber eine Shoyoka, die sich nicht auf irgendwelche Events traut, obwohl die bei weitem nicht so krass gehatet wird, das ist kein Canceln. Oder ich, der irgendwie 20.000 oder 30.000 Follower auf Twitch verloren hat, das ist auch kein Canceln. Also, diese Leute toppen sich wirklich die ganze Zeit gegenseitig mit einer dummen Aussage nach dem anderen. Ich blick es nicht. Mega genial ist auch diese Stelle hier. Also, ein Beispiel ist, was ich immer sehr gerne mache ist, äh, oder bringe, weil das... Das Problem eigentlich auf den Punkt bringt, ich bin in einer Schule, wo ich über Rassismus geredet habe, von Schülern, von einem Schüler gefragt worden, weil ich redete die ganze Zeit über das N-Wort. Der meldete sich ein 13-Jähriger und fragte, Herr Kasim, Herr Kasim, darf ich mal eine Frage stellen, was meinen Sie eigentlich mit N-Wort? Jetzt stand ich da. Was mache ich jetzt? Spreche ich es aus? Ja, tanze ich es vor? Was mache ich? Ne... Ja, tanze es vor. Ich habe es in dem Moment... Er ist Autor. Er weiß keine Antwort auf diese Frage. Ein 13-Jähriger steht vor euch und sagt, was meinst du mit dem N-Wort? Man sagt es und ordnet es ein. Wo ist das Problem? Bevor wir jetzt darauf eingehen, hören wir noch mal, was sie einige Minuten später gesagt hat. Ja, er darf nicht mal ausreden, ja. Die sagt der Polizei, sondern sie hat Angst vor dieser Teilmenge. Wenn man das schon erklären muss, ist es... Warum muss er denn ständig unterbrechen? Warum sind Menschen nicht mehr in der Lage, einmal Sachen auszusprechen? Problem. Sie beschwert sich hier darüber, dass man diese Person ja nicht ausreden lässt, hat das aber vorher auch die ganze Zeit nicht gemacht und sagt dann einfach, hä, wo ist denn jetzt das Problem? Ach Gott. Ja, das Problem wollte er dir gerade nennen, aber du hast auf Pause gedrückt, um dich darüber erstmal zu beschweren. Ey, checkt man diese Doppelmoral nicht, oder was? Ja, also ich lasse andere nicht ausreden, aber ich finde, das ist auch nur ein Problem, wenn Leute auf meiner Meinung sind und man lässt die nicht ausreden. Noch besser ist dann aber auch die Antwort, nachdem sie dann doch so gütig gewesen ist und sich das Problem angehört hat. Aber allein das Aussprechen jetzt in dem Moment sehe ich nicht als problematisch nackt. Ich habe das so, wie ich es jetzt gerade erzähle, in einem Artikel geschrieben und bin rund gemacht worden. Ich wäre einer, der mit dem N-Wort kein Problem hat. Ich wäre ein Rassist. So weit ging das eben. Das finde ich absurd. Genau so. Ey, also vielleicht liege ich da auch komplett falsch, aber wenn sein Schüler ihn fragt, was meinen Sie mit dem N-Wort, dann ist er als Lehrer definitiv dazu behält. Ja gut, er war nicht der Lehrer, er hat dann einen Vortrag gehalten, aber ich finde auch einfach sagen, einordnen gut ist. ...ächtigt auch als nicht-schwarze Person, dem Kind das Wort zu sagen, als Beispiel, als Zitat, als whatever, ist doch kein Problem. Hat nichts mit Rassismus oder Ähnliches zu tun. Es dient der Aufklärung und es dient dem Guten. So, ne? Ist ja sein Punkt. Ja, ja, da ist mir klar, dass das sein Punkt ist, ja? So wie ich die Oma in irgendeinem Dorf, die nicht... Oh, auf einmal ist es ja doch mega absurd. So, als ob sie den Typen doch zustimmen würde. Nachdem sie ihn vorher aber gefrontet hat, weil sie ihn einfach nicht hat ausreden lassen. Das ist unfassbar mit der, wirklich. Sehr gut ist... Ja, ich check's halt wirklich nicht. Weißt du, und das sind so Dinge, wo ich mir so denke, ey, dir muss doch irgendwo auffallen, wie doppelmoralisch dein Verhalten gerade ist, oder? Weißt du, wenn das jetzt einmal passiert, wenn du jetzt einmal so doppelmoralisch bist, so, dann kann man halt sagen, ja gut, okay, keine Ahnung, passiert, mein Gott, jeder Mensch macht Fehler, aber Freiraum Reh, alleine in der Reaction, dir geht irgendwie eine Stunde oder so, oder eineinhalb, ist die zehnmal doppelmoralisch, weil sie so krass zweierlei Maß misst, komplett, es ist ein... Sie ist ein komplett anderer Mensch, ob jemand auf deiner Seite ist oder ob jemand quasi gegen deine Werte argumentiert. So, alleine da, so weißt du, sagt, ja, wo ist jetzt das Problem? Ja, Bro, er wollte, er war ja nicht mal fertig, das Beispiel zu nennen. Wieso lässt du ihn nicht ausreden? Das ist ja schon dumm genug. Aber danach später zu sagen, hä, warum lassen die den Typen denn nicht ausreden? Der ist, der... Es kracht komplett. Ich würde so viel dafür geben, ein Talk mit Freiraum Reh zu führen, von mir aus auch privat, weil ich würde das wirklich gerne verstehen, ob das einfach Dummheit ist, dass sie sich einfach nicht mehr daran erinnern kann, was sie vor fünf Minuten gesagt hat oder ob sie wirklich einfach selber auch zugibt, so, ja klar, ich messe zweierlei Maß oder ob sie es einfach selber nicht checkt, so, als ob sie so sagt, oh, das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Ich würde es... Ich würde sie so... Weiß nicht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich will Menschen eigentlich immer ganz gerne einordnen, aber so Freiraum Reh und so kann ich nicht, Digga, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie einfach dumm ist oder ob sie ideologisch einfach komplett verblendet ist, dass sie das selber nicht mehr wahrnimmt oder, ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. ...ist auch dieser Take hier. Warte mal ganz kurz, ich habe ja den Zuschauer gerade was geschrieben. Ich finde es im Übrigen auch extremst diskriminierend, Freiraum Reh. Wie kannst du als weiße, privilegierte Frau mit Stäbchen essen? Das ist ja die absolute Frechheit. Das geht gar nicht. Wie kannst du denn da sitzen und mit Stäbchen essen? Hallo? Was soll das denn? Das ist eine Frechheit. Das hat mir mein Bauchibauri ganz große Kacki-Kacki. ...ob sie den Typen doch zustimmen würde, nachdem sie ihn vorher aber gefrontet hat, weil sie ihn einfach nicht hat ausreden lassen. Das ist unfassbar mit der wirklich. Sehr gut ist auch dieser Take hier. ...ausgesprochen, ich war ja eh dabei, es einzuordnen, habe gesagt, das Beste wäre, die gesamte Gesellschaft wäre so wie du, dass man es gar nicht mehr weiß. Also lasst uns sinnvoll... Nein! Nein! Das Beste ist nicht, wenn dieses Wort ausstirbt. Das Beste ist, wenn niemand vergisst, was mit diesem Wort zusammenhängt. Es geht nicht um dieses Wort. Aber wozu genau braucht man denn jetzt das N-Wort? Also man kann ja die ganzen Gräuetaten, die die Europäer so getan haben, ja auch im Kopf behalten und darüber aufklären, ohne das N-Wort zu benutzen oder das weiter im Kopf zu haben. Also selbst wenn das jetzt verloren geht und keiner kennt dieses Wort mehr, ändert das doch nichts an der Geschichte? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Also ich sehe da jetzt keinen Mehrwert drin. Einem Dorf, die nicht Schokokuss oder Schaumkuss sagt, das ist keine Rassistin, sondern das ist eine Frau, die einfach... Das sagt auch niemand. Niemand sagt, dass eine Oma, die mit 80... Aus Versehen nicht Schaumkuss, sondern das Ursprungswort sagt, dass die Rassistin ist. Das sagt niemand. Das ist so ein Bullshit. Es zieht Rassismus einfach so hart ins Lächerliche, wirklich. Doch, genau das tun Leute. Deswegen hat er das ja auch angesprochen. Und die Einzige, die Rassismus in den Dreck zieht, bist eigentlich du. Ja, das wärst du auch den Leuten... Also sind wir mal ganz ehrlich, ich weiß, also dass sie da die Clownsnase drauf hat, ist ja klar. Niemand kann verlangen und sollte jemanden verurteilen, der irgendwie, was weiß ich, 70 oder 80 ist, und der anstatt Schokokuss noch das N-Wort, N-Kuss sagt. Meine Großeltern sagen das auch noch. Oder mein Opa. Das ist halt in deren Kopf drin. Es hat nichts mit Rassismus zu tun. Die kennst du halt einfach nicht anders. Ja, ich meine, das ist halt das Ding, guck mal, wenn du irgendwie 60, 70, 80 bist oder so und dein ganzes Leben hast du es halt so genannt von Kindheit an. Ich meine, Sachen brennen sich ja auch einfach in den Kopf ein. Das ist ja... Ich weiß nicht, bei mir zum Beispiel hat das sich... Hat es auch gedauert, also früher, ich mach das jetzt auch schon bestimmt 10 Jahre oder so nicht mehr, aber zum Beispiel schwul nicht mehr als Schimpfwort zu benutzen. Weil in der Schule, so als Kind und so, das war einfach komplett normal, dass wir mit 12 irgendwie gesagt haben, boah, Digga, wie schwul ist das denn? So, was ja auch komplett diskriminierend ist, so nutzt das auf jeden Fall nicht. So, und natürlich kriegst du das nicht von heute auf morgen aus deinem Sprachgebrauch raus. Oder keine Ahnung, sowas wie behindert, soll man jetzt auch nicht mehr sagen. Oder kann ich auch nachvollziehen, dass man nicht sagt, boah, wie behindert ist das denn? Beispielsweise. So, das rutscht mir zum Beispiel auch noch hin und wieder raus. Gerade wenn du jetzt, weiß nicht, einfach auch, also du achtest jetzt ja auch nicht auf jedes Wort, was du sagst. Und da kann das natürlich schnell mal rausrutschen, wenn du es halt, wenn du es halt dein ganzes Leben einfach so benutzt hast. ist es ja halt komplett normal. Deswegen würde ich jetzt auch keinen 60-, 70- oder 80-jährigen fronten, wenn er so lange dieses Wort so genannt hat, dass er dann vielleicht auch nicht mehr so die, die vielleicht geistige Kapazität hat. Im Alter baut man ja auch ein bisschen ab, dass man halt dieses Wort nicht nutzen soll. Würde ich jetzt halt dann niemanden für anmachen. Das ist natürlich umso schöner, wenn Leute auch in dem Alter immer noch offen sind, ihr Sprachgebrauch zu verändern und sich dementsprechend anzupassen. Das ist natürlich mega. Aber jetzt so eine Person dann dafür zu fronten, dass man halt diese Wörter nicht mehr nutzt, ja. Wichtig ist bloß, das dann halt für die neue Generation mit auf den Weg zu bringen. Und ja. Vorher haben sie eine Umfrage vorgestellt, eine aktuelle, wo es um das Vertrauen ging, was Menschen in Politik haben. Ganz klares Ergebnis. Die Befragten, die haben ganz klar gesagt, wir haben das Gefühl, dass es nicht darum geht, was uns in unserem Leben, in unserem Alltag beschäftigt, sondern es geht um Randgruppen und somit Randthemen. Denn wenn man mal reingeht und schaut, was sind denn gerade die größten Sorgen der Menschen? Erstens die wirtschaftliche Lage. Was ich hier dran auch wirklich nicht verstehe, warum gehen die Leute auf der Gegenseite zurück? Sie zitiert gerade eine Umfrage der Tagesschau. Also ich denke mal, dass die anderen die Öffentlich-Rechtlichen auch gut finden. Also das kann eigentlich nicht der Grund sein. Und ich blende euch diese hier einfach mal ein. Und sie hat ja komplett recht mit dem, was sie sagt. Das sind die Ängste unserer Bürger. Ja, und das sind, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Ich sage nicht, dass das, was wir da hören, keine berechtigten Punkte sind. Rassismus, Diskriminierung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber das ist die bittere Realität, die wir da sehen gerade, Digga. Das ist die bittere Realität. Die Monitor-Reaction zur Cake News gucken wir wahrscheinlich erst morgen, würde ich sagen, oder? Laut dieser Umfrage. Die gehen zurück, so als wenn das so Fake News wäre oder so. Aber nein, das sind die Ängste. Da gibt es keinen Grund zurückzugehen, Alter. Habt ihr nicht verstanden? Ja, das fuckt mich generell auch so oft ab bei Unbubble und 13 Fragen. Weißt du, weil das Ding ist, du sollst ja quasi nach vorne gehen, wenn du etwas gut findest und du kannst nach hinten gehen, wenn du etwas schlecht findest. Okay, gut. An sich kannst du es natürlich schlecht finden, aber ich finde es sowas von absolut dumm, bei Fakten zurückzugehen. Weil egal, ob du diese Fakten einfach so, ne? Und keine Ahnung, natürlich sind so Dinge wie Rassismus und so weiter schlimm und dagegen, ne? Sollte man auch vorgehen auf jeden Fall. Aber ich sag mal, sowas wie steigende Lebenserhaltungskosten, Wohnen in Deutschland wird unbezahlbar, schlechte Wirtschaftslage, so, das betrifft ja wirklich auch alle, ne? Auch Schwarze übrigens, lustigerweise. Und das sind natürlich einfach, natürlich machst du dir erstmal Angst um dich selber, bevor du dir Angst um andere machst, so. Und ja, gerade, ne? Mit der Inflation und so weiter, die jetzt ja auch gut gestiegen ist. Weiß nicht, ich glaube, jetzt sinkt die sogar wieder, oder? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ähm. Ähm. Ja, ist das halt, also verstehe ich nicht, warum man da zurückgeht. So, das ist so richtig so, nein, äh, wir gehen jetzt zurück, weil wir akzeptieren diese Ängste nicht. Erstmal müssen wir hier die Probleme, die wir ansprechen, müssen jetzt erstmal geklärt werden. Zurückgehen, Digga. Laut dieser Umfrage, die gehen zurück, so als wenn das so Fake News wäre oder so, aber nein, das sind die Ängste, so was, da gibt's keinen Grund zurückzugehen, halt, habt ihr nicht verstanden, wie das läuft? Oh, du bringst einen Fakt, der durch eine Umfrage zu halten ist? Nee, sorry, also so fangen wir hier gar nicht an, ich geh zurück. Also, es ist ja jetzt wirklich keine Überraschung, wenn wir sagen, Wokeness wird instrumentalisiert von rechten Gruppierungen, Gendern, also was auch zu Wokeness gehört, wird instrumentalisiert von der AfD, wenn wir uns allein mal die Mühe machen, AfD und Woken oder Gendern die Suchleister bei Twitter einzugeben, dann ist das schon eine Bestätigung für diese These. Also erstmal, die AfD ist kompletter Müll, bitte wählt die nicht. Aber warum kann denn die AfD das Gendern so krass benutzen? Also wenn das kein großes Thema ist, dann kriegt man damit normalerweise ja auch nicht so viele Wähler, oder? Naja, vielleicht liegt es daran, dass beispielsweise die Öffentlich-Rechtlichen das einfach komplett durchdrücken, das in jedem Brief von irgendwelchen Städten und Gemeinden überall auch schon benutzt wird. Obwohl ein Großteil der Bevölkerung das nicht haben möchte, ja, dann kann man das nutzen, um auf Wählerschaft fangen zu gehen. Dazu passend dann auch dieser Clip. Wir haben keinen Gender-Zwang, im Gegenteil. Wir haben Gender-Verbote, aber wir haben keinen Gender-Zwang. Wo soll zur Hölle sollen wir das haben? Stimmt, es gibt Das ist so Quatsch, was sie redet. Ja, gar keinen Gender-Zwang. Voll gut eigentlich. Also außer, dass es etliche Universitäten gibt, wo du einfach Punktabzüge dafür bekommst, wenn du nicht genderst. Aber das ist ja auch kein Zwang. Also du musst ja nicht gendern, du kriegst dann halt einfach weniger Punkte und fällst vielleicht durch, aber das ist ja immer noch eine freie Entscheidung, ob du das machen möchtest. Es ist doch klar, dass die AfD so Wähler bekommt. Und wenn wir nicht so verblendet wären und das Gendern einfach durchdrücken wollen, dann hätte sie wahrscheinlich deutlich weniger Stimmen. Sie sagt, ich kenne Menschen... Ja, ich finde halt auch die Argumentation von Freiraumrede einfach schwammig. Weil guck mal, sie sagt so, ja, aber die AfD sind ja die Einzigen, die Gendern immer zum Thema machen. Nein, Gendern ist einfach in unserer heutigen Gesellschaft überall gerade Thema. So, alleine die Öffentlich-Rechtlichen, die von unseren Steuergeldern bezahlt werden, gendern. Komplett. So, das heißt, sie machen das automatisch zum Thema, indem sie es benutzen und die Öffentlich-Rechtlichen haben eine riesen Reichweite. So, dann Städte, Gemeinde, Kommunen und so weiter, die das auch in jedem Brief posten. Ich habe letztens hier einen Zettel von der Stadt Braunschweig mitbekommen, ging um die Kita, wo auch gegendert wird und so. Natürlich ist das durchdrücken und ja, es wird einfach gemacht, es wird jetzt nicht drüber diskutiert und gesagt, das ist mega, so, aber das ist halt genau so, das Ganze zum Thema machen und wenn es dann eine Partei halt gibt, die das Ganze dann halt kritisiert, ja, da muss man sich halt nicht wundern, wenn die damit auch Wählerschaft fangen gehen kann, wenn irgendwie 70 oder 80 Prozent der Deutschen dagegen sind und trotzdem irgendeine verblendete Elite bei den Öffentlich-Rechtlichen sagen, nö, wir wollen das jetzt aber machen, wir bringen das einfach durch. Bruder, die AfD wäre dumm, wenn die da nicht, wenn die da das nicht machen würden. Also das ist ja wirklich einfach geschenkt, so viele Leute, die da abgefuckt sind und dass eine Freiraumrie sich auch noch hinsetzt und sagt, nö, es gibt doch gar keinen Zwang. So, Bruder, natürlich, das ist sogar von Gerichten schon bestätigt, dass ein Punktabzug teilweise bei Universitäten gerechtfertigt ist. Was ist daran kein Zwang, Bruder? Was ist daran kein Zwang? Erklär es mir bitte. Bei denen in die Persönlichkeitsrechte eingegriffen wurde, da denke ich zum Beispiel an die Jasmina Kunke, der ihre Adresse gedoxt wurde, der ihre Familie bedroht wurde, wo das massiv vom Internet ins Realleben gegangen ist. Wie sehr muss Alice Hasters gerade an sich halten, diese Anekdoten von der Gegenseite von ich habe den Moderationsjob nicht bekommen, weil auf ihrer Seite stehen aktive Morddrohungen, auf ihrer Seite stehen Anschläge, auf ihrer Seite stehen Menschen, die sich das Leben genommen haben und auf der Gegenseite steht eine Moderatorin, die sagt, weil ich weiß bin, habe ich den Moderationsjob nicht bekommen, weil den hat eine Schwarze bekommen. Hä? Ihr Bösen auf eurer Seite dürft eure Probleme gar nicht nennen, weil hier sind Leute, die noch schlimmere Probleme haben. Ja, mein Gott, dann wurde sie halt gedoxst und kriegt ein paar Morddrohungen. Menschen im Iran sind dieses Jahr Menschen in der dritten Welt haben weder ein sicheres Leben noch Trinkwasser oder genug Lebensmittel zur Verfügung. Probleme gegeneinander aufzuwiegen ist halt sowas von absolut idiotisch. Ja, das Doxing und die Morddrohungen sind absolut scheiße. Trotzdem darfst du doch auch andere Probleme ansprechen. Oder dürfen wir jetzt nur noch das schlimmste Problem, was ganz oben steht, nennen und alle anderen müssen einfach damit klarkommen. Jeder Mensch hat doch seine eigene Lebensrealität und seine eigenen Probleme. Und die darf man auch ansprechen. Ehrlich, die macht mich so sauer. Was kann ich abschließend dazu sagen? Freiraum Reh ist halt genauso lost wie sonst. Sie bringt rassistische Aussagen, ist doppel moralisch und respektlos unterwegs. Also eigentlich alles wie immer. Ich finde es unfassbar, dass so eine Person immer noch auf der guten Seite steht, obwohl die ein losten Take nach dem anderen bringt. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Am Sonntag kommt noch ein kleines Gute Nacht Lied für Freiraum Reh in den Cake News. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, was kann ich abschließend dazu sagen? Freiraum Reh hat immer noch die Clownsnase auf. Ja, gute Reaction auf jeden Fall. Kann man so machen. Ja, ich weiß, ich kann glaube ich abschließend jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen. Also ich finde es halt wirklich schlimm. Also gerade, dass die so positiv dasteht und so viele Placements und so weiter bekommt, triggert mich wirklich. Also nicht, weil sie halt Geld bekommt, das ist mir an sich egal, aber dass so einer auf der positiven Seite steht, es erschließt sich mir nicht. Sagen wir so, das ist das, was mich triggert, das ist logisch gesehen einfach überhaupt keinen Sinn macht. Bei so einer Person, so kein Front, das ist eigentlich eine, die, ja, gecancelt jetzt vielleicht nicht, aber Firmen sollten sich doch dreimal überlegen, mit so einer Person irgendwie zusammenzuarbeiten, ne. Ach, Mann, ey.